Wer ist denn das? Wilde. Jane Wilde. Wolltest du mit mir tanzen? Ich habe noch zwei Jahre zu leben. Wir werden diese Krankheit gemeinsam bekämpfen. Dr. Stephen Hawking. Er wird nie mehr sprechen können. Doch, er wird. Wo Leben ist, da ist auch Hoffnung. Es war alles sehr besonders, oder? Die Endung. Die Deckung der Unendlichkeit im Kino.